Vorbereitung ist alles. Irgendwie sind meine Haare auch noch voll nass, weil ich die gerade erst gewaschen habe. Anyways, egal. Okay Leute, wir haben uns lange nicht mehr hier auf dem Kanal gesehen, auf meinem YouTube-Kanal. Das soll sich jetzt allerdings ändern, denn ich habe mir vorgenommen, hier wieder aktiv zu sein. Deswegen seid gespannt, abonniert gerne meinen Kanal, ihr kennt das. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Anyways, heute wird es um ein etwas spezielles Thema gehen, denn sagen wir so, mir ist letzte Woche etwas passiert. Dazu gebe ich euch jetzt einfach mal eine kleine Storytime. Also die Leute, die mich bei TikTok und Instagram verfolgen, die haben es vielleicht mitbekommen. Ich musste spontan ins Krankenhaus und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, bei TikTok jetzt ein Video zu machen, das würde einfach nicht in diese drei Minuten reinpassen. Und ich glaube auch, dass viele Leute, vor allem auch von Instagram, die Leute das vielleicht dann gar nicht sehen. Deswegen dachte ich mir, let's go, ich mache einfach mal ein YouTube-Video und kläre das Ganze jetzt hier mal auf in so einer kleinen Storytime. Let's go. Macht es euch bequem? Ich bin noch voll in meinen Chiller-Sachen, aber was ist sonst, ihr kennt mich. Okay, es hat alles damit angefangen, dass ich einen Termin bei einer Kosmetikerin hatte, um mir meine Wimpern und Augenbrauen machen zu lassen. Und die hat mich darauf angesprochen, dass ich halt so gelbe Haut habe, so gelbliche Haut und auch anscheinend ein ziemlich angeschwollenes Gesicht. Da hat es angefangen, dass ich darüber nachgedacht habe, hm, ist alles okay mit mir. Ja, aber dann, ich habe es erst mal ignoriert so ein bisschen, weil ich gehe auch nicht gerne zu Ärzten, ehrlich gesagt. Und ich dachte mir so, ach, das geht schon wieder weg. Ja, es ist nicht weggegangen. Ein paar Tage später hatte ich immer noch echt für meine Verhältnisse sehr, sehr, sehr gelbliche Haut. Mein Gesicht war immer noch irgendwie mega angeschwollen und ich habe mich auch überhaupt nicht gut gefühlt. Also, ich habe mich extrem krank gefühlt und den einen Morgen bin ich halt wirklich aufgewacht. Da ging halt wirklich gar nichts mehr. Also, mir ging es richtig schlecht. Ich lag die ganze Zeit nur im Bett, wirklich bis 10 Uhr morgens oder so und normalerweise bin ich früh aufsteher. Und mir ging es halt so schlecht, ich konnte nicht aufstehen. Deshalb habe ich halt um 10 aus meinem Bett heraus meinen Hausarzt angerufen und habe ihm halt so geschildert, yo, ich habe die und die Symptome, meinte halt das auch mit meiner Haut. Und dann meinte mein Hausarzt so, können Sie heute Morgen noch vorbeikommen? Und ich so, ähm, ich habe dann auch versucht, irgendwie das hinzubekommen, dass mich irgendjemand hinfährt mit dem Auto oder so. Weil mir ging es so schlecht und ich habe halt kein Auto. Und das Ding ist, ich habe einfach niemanden erreicht. Mein Vater war unterwegs. Ich kenne halt ehrlich gesagt auch nicht so mega viele Leute. Punkt ist, ich wusste dann, obwohl es mir wirklich absolut schlecht ging, mit dem Fahrrad zu meinem Hausarzt fahren. Dann bin ich halt so und angekommen und mein Hausarzt hat mich dann erstmal untersucht. Meinte dann allerdings, dass wir halt Blut abnehmen müssten. Die Ergebnisse wären bei dem Hausarzt aber ja erst ein paar Tage später da. Und da das halt auch mit meiner Haut war und die so gelblich verfärbt war, hätte das halt auch echt was Gefährliches sein können. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel die Leber versagt oder so, dann bekommt man halt auch gelbe Haut. Und da es hätte was Gefährliches sein können und da es mir auch so schlecht ging, meinte meine Hausärztin dann, ich sollte am besten ins Krankenhaus. Und dann hat sie mir eine Überweisung fertig gemacht bzw. Einweisung und dann musste ich ins Krankenhaus. Also damit habe ich halt absolut nicht gerechnet. Ich bin dann mit dem Fahrrad noch wieder zurück nach Hause gefahren und dann von zu Hause aus ins Krankenhaus. Und dort wurde ich dann auch direkt aufgenommen. Ich habe so, boah Leute, kennt ihr das, wenn man im Krankenhaus ist, dann bekommt man ja in den Armen diese Infusion oder so. Also diese Nadeln auf jeden Fall rein und damit läuft man die ganze Zeit rum, falls man halt Medikamente oder so bekommt, dass man das halt durch den Arm bekommen kann. Oh, ich bin so empfindlich, was Nadeln angeht, was Blut angeht, was Krankenhäuser angeht. Allein schon im Krankenhaus zu sein, ist für mich absolut schlimm. Ich finde es wirklich so schlimm. Ich mag Krankenhäuser einfach nicht. Es ist gut, dass es das gibt, klar. Voll wichtig, hallo. Aber ich mag dieses Feeling da einfach nicht. Mir wird einfach schon, wenn ich ein Krankenhaus betrete, wird mir schon schwindelig. Und mein Kreislauf sagt schon, ciao. Ich habe sowieso, mein Kreislauf ist ein bisschen lost. Also ich kippe schnell mal um, sagen wir so. Und da war ich halt so im Krankenhaus, was schon eine schwierige Situation war. Und dann habe ich auch noch dieses Ding in den Arm bekommen. Und dann ist mein Kreislauf abgekackt. Und dann habe ich eine Infusion bekommen und so ein Tropfteil und so, weil mein Kreislauf gar nicht mehr klarkam. Und ja. Und dann wurde ich halt erstmal komplett untersucht. Also es wurde Blut abgenommen und komplett mein ganzes Blut halt untersucht. Und dann wurde auch noch ein Ultraschall gemacht von meinem Bauch, Leber, Niere, etc. Und das Ganze ging dann bis abends. Und zwischendurch, also als ich keine Untersuchungen hatte, musste ich halt die ganze Zeit in diesem Krankenhauszimmer im Bett liegen. Und es war absolut so langweilig. Als allerletztes wurde die Ultraschalluntersuchung gemacht. Und da ist dann halt auch nichts bei rumgekommen. Und deswegen durfte ich zum Glück am Ende des Tages auch wieder gehen. Und es ist nichts Schlimmes bei mir gefunden worden. Also ich habe irgendwie mit drei Ärzten insgesamt gesprochen. Die meinten alle, dass irgendwas mit meiner Haut absolut nicht stimmt, weil das ist nicht normal, dass meine Haut zu gelblich ist. Und dass ich das auf jeden Fall noch mit einem Hautarzt abklären muss. Ambulant halt. Aber ansonsten wurde nichts Schlimmes gefunden. Auch mein Blut war in Ordnung, meine Leber war in Ordnung. Alles war in Ordnung. Und alle haben sich halt gewundert so, yo, warum ist meine Haut so gelb? Und ich wundere mich das auch heute immer noch. Ich weiß immer noch nicht, warum die so gelb ist. Ich war jetzt noch nicht beim Hautarzt, weil da einen Termin zu bekommen, dauert Ewigkeiten. Anyways, ich bin aber wirklich froh, dass es nichts Schlimmeres war. Und dass es mir jetzt halt auch schon wieder besser geht. Muskeles trinken. Ich habe zu schnell geredet. Ich habe auch wirklich so oft gesagt, dass ich abends wieder nach Hause möchte, weil ich wusste halt, ich kann absolut nicht schlafen im Krankenhaus. Es geht einfach nicht. Ich kann da null entspannen. Ich kann da nicht einmal mein Auge zu machen. Es funktioniert einfach nicht. Deswegen, ich habe die ganze Zeit wirklich gesagt, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Ich war wie so ein kleines quengelndes Kind wirklich. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ich durfte zum Glück am Abend nach Hause. Ich musste zum Glück auch nicht alleine nach Hause gehen, sondern ich hatte sehr freundliche Begleitung. Weil alleine, ich weiß halt echt nicht, ob ich das alleine gepackt hätte. Also wahrscheinlich vielleicht schon irgendwie. Aber mir ging es halt absolut sowas von schlecht. Ich hatte gefühlt überhaupt keine Energie. Das war basically die Story, warum ich im Krankenhaus war. Das war halt wie gesagt absolut aus dem Nichts. Ich habe damit null gerechnet, dass ich auf einmal ins Krankenhaus muss. Also ich weiß nicht, ich war auch komplett überfordert. Vor allem, ich weiß halt jetzt ja immer noch nicht genau, was mit meiner Haut falsch ist. Falls ihr da irgendwie vielleicht eine Idee habt, schreibt es doch einfach gerne mal in die Kommentare. Also ich habe halt wirklich sehr, sehr gelbliche Haut einfach. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe auch schon überlegt, ob das vielleicht mit meinem Salzkonsum zusammenliegt. Ich weiß nicht warum, aber auch weil ich halt so ein angeschwollenes Gesicht hatte. Und das sah halt so aus, als hätte ich Wasser in Lagerungen. Und das kann halt von Salzkonsum kommen. Und ich bin mal so meinen Salzkonsum durchgegangen. Und eventuell benutze ich ein bisschen zu viel Sojasauce und ein bisschen zu viel Salz auf meinem Avocado-Toasty. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das dafür verantwortlich ist, dass meine Haut so aussieht, wie sie aussieht. Achso und es wurden noch zwei andere Sachen bei mir festgestellt. Das waren dann quasi so Zufallsbefunde, die im Krankenhaus dann festgestellt wurden. Da war ich auch erst mal so, mh, okay, nicht so nice. Deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich auch noch Tabletten nehmen, weil ich einen Mangel habe. Und noch eine andere Sache, aber da kann man nicht viel machen. Und noch sogar drei Sachen, stimmt. Noch eine dritte Sache, die muss in einem halben Jahr nochmal überprüft werden. Aber ja, es war ein sehr ereignisreicher, aufregender Tag. Aber aufregend eher im negativen Sinne, weil ich hatte sehr Angst. Und ich mag Krankenhäuser einfach nicht. Das ist purer Stress für mich. I don't like it. Und ich wünschte, ich müsste nie wieder ins Krankenhaus. Andererseits bin ich froh, dass wir in Deutschland Krankenhäuser haben und Krankenversicherungen und whatever. Aber, pfff, ich, oh ne, ich mag so Krankenhäuser und so einfach nicht. Aber das war jetzt im Großen und Ganzen die Story. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, ich werde jetzt wieder öfter hier YouTube-Videos hochladen. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne rein in den Kanal. Das hat sich ganz komisch an gehört. Anyways, ich freue mich über ein Abo. und like noch irgendwas. Ich bin voll raus. Ich habe so lange kein YouTube-Video mehr gedreht. Ich weiß gar nicht mehr, was man noch sagt so am Ende. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder bei einem neuen YouTube-Video, würde ich sagen. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020